Herzlich Willkommen bei One Body One Mind mit Chiara und Nika. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Thema für heute ist Selbstliebe. Und ja, es ist ein riesengroßes Thema und wir wollen ganz klein anfangen mit kleinen Schritten uns der Selbstliebe nähern und zwar heute speziell in Verbindung mit dem Körper, Selbstliebe und unser Körper. Dazu möchte ich die Bewegungsexpertin Chiara Steuerer von One Body One Mind um ein paar Worte bitten. Oh, vielen Dank, liebe Nika. Ja, also Selbstliebe zum eigenen Körper ist ja wirklich ein großes Thema und in den letzten zehn Jahren sind mir wirklich viele Kunden begegnet, die sich wirklich sehr schwer getan haben, ihren Körper anzunehmen, wie er ist und ihn zu lieben und zu achten. Und ja, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, meine Kunden auch dahingehend zu unterstützen, dass sie einfach ihren Körper leichter annehmen können, dankbar sind für alles, was unser Körper tagtäglich für uns schafft, ohne dass wir überhaupt irgendwie daran denken müssen oder ja, also ohne unser Zutun. Das funktioniert einfach so. Und ja, gerade im Sport, wo man ja sehr körperbewusst ist oder werden möchte, ist eben das auch ein großes Thema, dass man auch am Ende des Tages dankbar ist für die sportlichen Einheiten, die unser Körper geschafft hat und dass man sich da nicht aufhaltet mit den Dingen, die man nicht geschafft hat körperlich, sondern sich erfreut an die kleinen Übungen, die man eingebaut hat, dass man einmal fühlt, wie sich die Zellen regenerieren oder wie aufgeweckt die Zellen in unserem Körper sind, wenn wir uns bewegen. Und ja, das möchte ich einfach meinen Kunden weitergeben und ihnen wirklich dieses Lebensgefühl zeigen, wie sich der Körper fühlen kann, wenn er durchbewegt wird. Einfach diese Dankbarkeit auch zu fühlen für unseren Körper. Und ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das finde ich total schön, was du da erwähnt hast. Ich hake da noch ein bisschen ein bei diesen automatischen Körperprozessen, die wir haben, die wirklich eigentlich unser Leben ermöglichen, so wie der Herzschlag, die Verdauung, alles, was in unserem Körper einfach abläuft, ohne dass wir jetzt sagen müssen, jetzt schaue ich, dass mein Herz schlägt, jetzt schaue ich, dass meine Verdauung funktioniert, jetzt schaue ich, dass ich schlucken kann und so weiter. Und das ist ja schon nochmal eine super tolle Leistung von unserem wunderbaren Körper, dass das einfach so funktioniert. So können wir uns auch anderen Dingen widmen. Und ja, die Selbstliebe ist so ein Thema, weil Selbstliebe und Egoismus wird leicht verwechselt. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, das ganz klar zu stellen, dass Selbstliebe nichts mit Egoismus zu tun hat. Selbstliebe bedeutet, dass wir in die Wertschätzung für uns selbst gehen, aufhören, dass wir unseren inneren Kritiker ständig beleben. Das heißt, wenn wir vor dem Spiegel stehen, dass wir nicht gleich loslegen mit einer Tirade an Dingen, die uns nicht passen in unserem Gesicht, sondern dass wir mal einfach nur schauen, nur wahrnehmen, nur in den Spiegel schauen, vielleicht so mit ein bisschen einem Forscherblick und einfach unser Antlitz mal betrachten, ohne dieses zu bewerten. Wir müssen es nicht gleich lieben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht glauben, dass wir Dinge, die wir abgelehnt haben oder ablehnen an unserem Körper, dass wir das jetzt von einem Tag auf den anderen lieben müssen. Also das funktioniert auch nicht, sage ich gleich. Aber wir können lernen, unsere Bewertungen, unsere Meinungen und Ideen, die wir haben, einfach ein bisschen zurückzuhalten. Ich beobachte das ja schon ewig lang und Gott sei Dank sind immer, immer mehr Frauen, immer mehr, mehr, mehr Frauen stehen auf und sagen, stopp, diese Industrie, die uns vorführt, wie wir Frauen zu sein, auszusehen oder welche Figur wir haben müssen, das ist absolut nicht mehr zu akzeptieren. Also das wollen wir nicht mehr. Wir Frauen möchten einfach authentisch sein. Wir möchten unsere Körper genießen und fühlen können und wertschätzen können. Wir sind Frauen, die unglaubliche Dinge vollbringen mit unseren Körpern. Wir können Kinder gebären. Also wir sind so, so viel mehr an Wunder, als dass wir darauf schauen sollten, dünn und schlank und rank zu sein. Ist auch okay, natürlich, aber nicht. Es gibt viel mehr als das. Es gibt viel, viel mehr als das. Und eines der Dinge, wo wir jetzt wieder bei Chiara sind, ist einfach die Bewegung mit dem Körper, das Beleben des Körpers. Und ich sehe es bei ihr ja tagtäglich, wie ihr Körper strahlt, wenn sie das tut. Ja, genau, weil der Alltag ist ja oft sehr intensiv und mein Beruf hat sich ja etwas gewandelt. Jetzt bin ich ja Personal-Fitness-Trainerin und Heilmassagerin. Und bei der Heilmassage stehe ich doch recht viel. Das heißt, wenig Bewegung, das ist sehr ungewohnt für mich. Und deswegen habe ich mir wirklich das seit einigen Monaten, mache ich das wirklich regelmäßig. Fünf Minuten Yoga in der Früh, wo ich mich einfach komplett einmal durchdehne. Und das tut mir so gut, weil einfach ich merke, dass mein Körper wirklich durchflutet wird mit der Durchblutung und die Zellen werden regeneriert. Und so bin ich dann eigentlich immer gestärkt für den nächsten Arbeitstag. Und da merkt man mal, wie wichtig das ist, dass man dem Körper kleine, kurze Impulse gibt. Wie schon gesagt, ich habe auch einen stressigen Morgen. Also fünf Minuten reichen vollkommen aus. Da geht sich sogar noch eine kleine Meditation aus. Das habe ich von der Nika mir zu Herzen genommen. Eine kurze Meditation zur Ausrichtung für den Tag, dass man einfach wirklich meistens gut gelaunt in den Tag startet und seinen Körper auch wirklich seinen kurzen Anschubser und Impuls gibt, dass auch der Körper zufrieden ist für den Tag. Und dann bewältigt man auch sehr stressige Situationen. Genau. Jetzt frage ich mal nach, vielleicht erzählen wir ein bisschen über unsere Geschichte. Wie war das bei dir? Hast du deinen Körper immer schon so gut angenommen wie jetzt? Nein. Wie war dein Weg? Ja, als Kind, ich meine, das kennt, glaube ich, jeder. Da denkt man sich immer, meine Nase ist zu groß oder meine Hände sind zu groß. Also da habe ich auch immer oder öfter Schwierigkeiten gehabt, meinen Körper anzunehmen und froh zu sein, so wie er ist. Und das hat sich dann eigentlich über die Jahre geändert, wahrscheinlich auch durch meinen Beruf, weil ich gemerkt habe, wie unzufrieden auch oft meine Kunden waren mit ihrem Körper. Und durch meinen Beruf habe ich dann auch wirklich bewusst sehr gut auf meinen Körper aufgepasst, weil ich gewusst habe, wenn ich nicht darauf schaue, dann wirkt sich das negativ auf meinen Beruf aus. Und ich wollte ihn ja lang und noch länger ausüben dürfen. Und deswegen war mir immer wichtig, dass ich meinen Körper dann wirklich gut behandle. Und natürlich auch mit deiner Hilfe, Nika, mit den Meditationen, dass man sich eben so annimmt, wie man ist und wirklich glücklich ist und seine Zellen spüren lernt. Und das hat natürlich auch sehr viel beigetragen zu dieser Entwicklung. Und ja, und deswegen versuche ich auch, meinen Körper sehr achtsam zu bewegen. Also auch wenn ich einmal merke, mein Knie tut weh, dann gehe ich jetzt nicht Vollgas laufen, sondern ich bewege mich bewusster. Ich versuche jeden einzelnen Schritt bewusster zu tätigen. Also da habe ich natürlich den Vorteil, dass durch die Jahre viel Erfahrung bezüglich der Bewegungsabläufe, das heißt, man macht dann die meisten Bewegungen bewusster. Oder ja, wenn die Schulter weht, dass ich dann einfach ein bisschen dehnen tue, dass ich einfach meinen Körper unterstütze, auch wenn er einmal vielleicht irgendwo zwickt und zwackt, dass ich dann selbst die Initiative ergreife. Und gleich beim ersten Impuls was positiv dagegen mache oder dafür mache, dass es halt besser wird und nicht warte, bis es dann so intensiv wird, dass ich dann zum Beispiel nicht mehr arbeiten könnte. Das war mir immer sehr wichtig. Ja, da hört ihr schon ganz viele, viele Impulse für euch. Vielleicht diese auch auszuprobieren. Wir haben für euch auch drei Tipps, drei Impulse am Ende unseres Podcasts, wo ihr die Möglichkeit habt, das sofort auszuprobieren, in euer Leben zu integrieren, zu schauen, welche Auswirkungen diese Impulse, diese Tipps auf euch haben, um einen Schritt wieder mehr der Selbstliebe entgegen zu gehen und das zu spüren. Ihr merkt, Selbstliebe hat mit ganz vielen, ja, ich würde fast sagen, Kleinigkeiten zu tun im Alltag. Also dieses bewusste Umgehen, dieses Erkennen, dieses Erforschen von eigentlich sich selbst und sich selbst wieder näher zu kommen auf allen Ebenen. Also wirklich geistig, körperlich und auch mit einem ganz großen Herzen für sich selbst. Ich möchte euch auch noch eine kleine Geschichte erzählen, wo meine, also meine Einstellung über meinen Körper sich sehr, sehr verändert hat. Und zwar hatte ich in meiner Jugendzeit immer so das Gefühl, meine Beine sind viel zu dick. Und ja, und ich war ja sehr, sehr früh schwanger, Gott sei Dank, bin sehr glücklich darüber. Also meine Tochter habe ich mit 20 Jahren bekommen und in meiner Schwangerschaft dachte ich mir dann, ja, ich bin jetzt eh schon schwanger. Also so quasi, jetzt ist mich, mag dann, brauche ich, brauche jetzt nicht mehr irgendwie so und ich ziehe mir jetzt, na, ich sage, führe das jetzt nicht weiter aus. Also ich bin halt schwanger und ich ziehe mir jetzt einfach kurze Röcke an und kurze Kleider. Es war Sommerzeit, ich habe es geliebt und habe mich wirklich getraut, kurze Kleider zu kaufen. Und ich habe so viel Wertschätzung bekommen und das hat den Leuten so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, naja, so dick können meine Beine jetzt auch nicht sein. Und begann so ein ganz anderes Körpergefühl zu entwickeln. Man muss auch dazu sagen, dass in meinem Fall die Schwangerschaft da auch ganz viel Positives dazu beigetragen hat, weil ich mich riesig gefreut habe, auch über meinen Bauch und so. Das habe ich echt voll gern gehabt. Und ja, aber das war für mich der erste bewusste Moment, wo ich Frieden geschlossen habe mit einem Teil meines Körpers, mit meinen Beinen. Und ja, das war irgendwie voll, voll intensiv, eine ganz intensive Phase, die ich da erlebt habe. Und ja, davon profitiere ich heute noch. Und ja, es ist wirklich, ich kann nur sagen, also mit sich selbst, mit seinem Körper Frieden zu schließen, zu erkennen, wie wunderbar er uns durchs Leben trägt. Das ist einfach ganz ein tolles Gefühl. Wir haben für euch drei Fragen, mit denen ihr euch vielleicht befassen wollt. Die erste Frage ist, wie möchtest du deinen Körper behandeln? Das ist eine Frage, die schon in die Zukunft blickt. Das heißt, da geht es darum, wie möchtest du zukünftig deinen Körper, oder vielleicht gleich nach dem Podcast, wie möchtest du deinen Körper behandeln? Und ja, vielleicht mach dir da einfach ein paar Gedanken darüber und spür mal, was so das Schönste, Beste wäre für dich, womit du dich so richtig gut fühlen würdest. Also nochmal, wie würdest du gerne deinen Körper behandeln? Das ist eine Frage. Ich frage jetzt mal die Chiara, wie sie ihren Körper im Alltag behandelt. Wie machst du das? Ja, ich habe es eh schon kurz erwähnt, eben mit dieser 5 Minuten Yoga-Einheit jeden Morgen, oder fast jeden Morgen. Und dass ich einfach mal kurz meinen ganzen Körper komplett durchdehne, dass ich wieder mehr Raum bekomme in meinem Körper. Dann kann man auch wieder leichter atmen. Und ja, ich versuche wirklich auch untertags achtsam mit meinem Körper umzugehen. Auch bei der Massage bemühe ich mich immer sehr, dass ich eine gute Körperhaltung habe. Dass ich, wenn ich merke, die Schultern gehen nach oben, dass ich sie dann wieder nach unten ziehe, um mir selbst Entlastung zu geben. Und ich glaube, das ist eben total wichtig, weil jedem passiert das einmal, dass er vielleicht nicht optimal dasteht oder nicht optimal vorm Computer sitzt bei der Arbeit oder eben in Stresssituationen die Schulter nach oben zieht. Aber am wichtigsten ist, dass man das einfach bemerkt. Und sobald man es bemerkt, kann man es ja ändern. Ja, genau, das finde ich auch. Mit dem Erkennen ist schon einer der größten Schritte getan. Also sich selbst einfach ein bisschen zu reflektieren, in voller Liebe, mit vollem Mitgefühl. Ich kann es immer nur wieder und wieder erwähnen, wirklich aufzuhören, sich zu bewerten oder zu verurteilen. Ich sage so gern zu meinen Klientinnen und Klienten, Ja, du bist zu dir strenger, als deine strengen Eltern oft jemals zu dir waren. Und dann nicken die meisten immer. Und das sollten wir wirklich ein bisschen aufhören damit, weil man fühlt sich dadurch ja nicht wirklich besser. Man nähert sich ja nicht mit diesen Verurteilungen. Im Gegenteil, man macht sich klein. Und es ist so wichtig, dass wir alle wirklich in unsere Kraft, in unsere Größe gehen, weil dann können wir auch wirklich viel bewirken, uns selbst zu leben. Und wir werden dann einfach entspannter, friedvoller. Es macht mehr Freude. Und ja, dafür sind wir natürlich da, euch dabei zu unterstützen, da so richtig einzutauchen. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mit der zweiten Frage, die vielleicht für euch auch ganz interessant wäre. Wie denkst du über deinen Körper? Ja, wie denkst du über deinen Körper? Die Gedanken haben natürlich ganz viel Auswirkung auf unsere Gefühle und in weiterer Folge auch auf unsere Körperhaltung. Das heißt, ich habe früher auch meinen Körper sehr stark bewertet. Es war nie gut genug. Ich war nie dünn genug. Dann war ich nicht trainiert genug, was auch immer. Und dann lernte ich mit dem Körper ein bisschen Frieden zu schließen, sehr, sehr viel Frieden zu schließen. Und habe auch meine Gedanken für meinen Körper geändert, was ich über meinen Körper denke. Und ich will da jetzt gar nicht weiter so in die Tiefe gehen, wie das bei mir damals war. Aber ich möchte euch einladen oder dich einladen, dass du einfach mal dich hinsetzt, dir eine Uhr stellst, so vielleicht auf fünf Minuten oder drei Minuten, muss gar nicht so langsam, so einen Wecker stellst und dann mal wirklich in diesen drei Minuten alles aufschreibst, was du über deinen Körper denkst. Alles, was dir einfällt zu deinem Körper. Schreib einfach mal alles auf. Und dann schaust du dir mal an. Schau mal, was da rauskommt. Und ich habe da oft so gern das Beispiel, das kann man auch bei uns auf Instagram nachlesen, wenn man so diese kleinen Babys betrachtet, die so unvoreingenommen mit ihrem Körper umgehen, die ihren Körper so erforschen, so voller Spaß und Freude quietschen und jauchzen, wenn sie ihren Körper bewegen und ihre Gliedmaßen irgendwo hin strecken und recken. Es ist so schön, denen zuzuschauen und da ist alles noch so schön frei. Und ja, mein großer Wunsch wäre es einfach, dass wir wieder zu diesem Gefühl hinkommen mit unserem Körper, dass wir eben nicht in dieses Denken, was alles nicht funktioniert, sondern einfach die Freude am Körper, am eigenen Körper wieder entdecken und spüren und leben. Ich muss dazu auch noch sagen, dass seitdem die Chiara ihre Personal Fitness Trainings macht, profitiere ich ja voll, hunderttausendprozentig davon, auch von der Heilmassage, muss ich sagen. Also und da habe ich von ihr ein paar Trainingspläne schon bekommen im Laufe der Zeit und was mich da so enorm begeistert hat, war diese Sanftheit, diese Sanftheit, mit der diese Trainings abgestimmt sind und diese Sanftheit und Wertschätzung, die durch dieses Training auch für den Körper entwickelt wird. Und ich liebe das zu machen und zu tun. Und trotz alledem muss ich auch sagen, ich manchmal dann auch über meine Grenzen, weil es Bewegungsabläufe sind, die für mich neu sind, die ich noch nicht so gut kenne. Und natürlich sagt der Körper, ach, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, lass uns doch das Alte wiederholen. Und dann habe ich aber von Chiara da diese Unterstützung, dass ich mich doch ein bisschen mehr dem Neuen widme und dann macht es auch wieder Spaß und man merkt, wie unglaublich lernfähig auch der Körper ist auch, wenn man schon etwas älter ist. Ja, stimmt. Man sagt immer, neue Wege sind zu Beginn immer ein bisschen holprig und dann, wenn man mal drin ist in diesem Flow, dann freut man sich umso mehr. Ja, genau. Da ist man richtig stolz drauf. Ja, genau, genau. Ja, dann kommen wir schon zur dritten Frage. Wie wünschst du dir deinen Körper? Ja, das ist auch eine superschöne Frage. Ich wünsche mir natürlich einen gesunden Körper, einen Körper, der beweglich ist, der supergut im Leben steht, wo ich mich wohlfühle im Körper, mit meinem Körper. Und ja, da wieder den Tipp an dich, an euch, schreibt mal das einfach auf, wie ihr wollt oder wie du möchtest, dass dein Körper ist und fühl mal, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Und wenn ich mich so hineinspüre, wie ich mir meinen Körper wünsche und ich sage es euch gleich, das ist auch kein Prozess, den man einmal macht, da gilt es einfach dran zu bleiben, immer wieder das zu beleben, ist in meinem Fall zum Beispiel die Beweglichkeit. Also ich merke, wenn ich sehr, sehr viel zu tun habe, sehr viele verschiedene Aufgaben habe, dass ich dann auch manchmal durch zu wenig Achtsamkeit also nicht bemerke, dass der Körper schon ein bisschen erschöpft ist oder so. Und dann gilt es einfach darum, ihn eben nicht zu verurteilen, ihn nicht zu sagen, das muss ich jetzt auch noch machen, obwohl ich mich so nicht so gut fühle, sondern dann geht es wirklich darum zu sagen, stopp, ich halte jetzt einfach mal inne, atme mal ein paar Mal ein und aus und frage mal meinen Körper. Was brauchst du? Und da komme ich wieder zu dem Punkt, das immer wieder zu beleben, also wirklich dran zu bleiben, meinen Wunsch, wie möchte ich meinen Körper haben? Und das ist natürlich im Dialog mit dem Körper dann ein ganz wichtiger Punkt, dass unser Körper, unsere Körperweisheit uns eigentlich alles sofort mitteilt, auch ein ganz, ganz großer Punkt der Selbstliebe dem Raum zu geben, zu hören, was der Körper uns mitteilt. Ja, das ist wirklich sehr schön und das ist auch für uns oft gar nicht so einfach zum Umsetzen, weil wir haben natürlich auch stressige Phasen und am Ende des Tages haben wir auch schon öfters gemerkt, dass wir über die Grenzen gegangen sind. Der Kraft, der eigenen Kraft, genau. Ja, genau. Aber es gibt ja dann den nächsten Tag, wo man dann kurz einmal innehalten kann und reflektieren kann und sich vielleicht an dem Tag dann einmal was Gutes tut und eben vielleicht doch zurückblickt und schaut, was man schon geschafft hat. Oder ich habe einmal auch einen tollen Tipp bekommen, dass man aufschreiben sollte, was man alles gemacht hat an diesem Tag und einmal fühlen und das einmal vor Augen halten, wie viel man eigentlich mal schafft und dass man einmal das betrachtet und nicht die Dinge, die man nicht geschafft hat. Genau, und dass man dann zufrieden ist mit dem, was man geschafft hat. Genau. Und das kann ich nur von mir aus sagen, dass ich heute noch tagtäglich bin. So schön. Genau. Das ist wirklich gut. Ja, ihr Lieben, wir haben natürlich jetzt, wie versprochen, für euch noch Tipps zum Anwenden für die Selbstliebe. Und wir haben drei Tipps, drei Tipps, die ganz, ganz, ganz einfach anzuwenden sind und die möchten wir euch jetzt gerne, gerne vorstellen. Tipp Nummer eins, achtsames Berühren. Das ist ein ganz schöner Tipp und zwar am besten macht man das zum Beispiel nach dem Duschen oder nach der Badewanne, dass man sich einfach einmal bewusst eincremt, dass man spürt, wie fühlt sich mein Körper jetzt und einmal die Haut angreift, wie fühlt sich unsere Haut an, das Gewebe in unserem Körper und da nimmt man schon ganz schön viel wahr und diese sanften Berührungen, die tun dem Körper wirklich gut, weil man ja oft wirklich sehr hart zu sich selbst ist und einfach durch dieses Eincremen, Einschmieren kann man einfach diese Dankbarkeit fühlen für seinen Körper und dass man einfach dankbar ist über alles, was der Körper heute geschafft hat und dass man das wirklich integriert während dem Einschmieren, dass man diese Dankbarkeit wirklich fühlen kann. Tipp 2, die Dankbarkeit. Die Chiara hat es schon erwähnt, die Dankbarkeit beim Einschmieren zu fühlen, wie der Körper einfach den ganzen Tag über funktioniert hat und ich möchte dich jetzt einladen, euch jetzt einladen, eine kleine Übung zur Dankbarkeit zu machen, um das Gefühl der Dankbarkeit noch ein bisschen zu intensivieren. Das heißt, schau mal, wenn du so deinen Körper betrachtest oder wenn du in deinen Körper hinein spürst, welcher Teil oder welche Stelle an deinem Körper gefällt dir am besten, wo sagst du, wow, das ist so richtig, das mag ich besonders gern, dann richte mal deine ganz, ganze Aufmerksamkeit genau dorthin und fühl mal, wie sich dieser Teil anfühlt, fühl mal, wie sich dieser wunderschöne Teil von dir anfühlt und fühle auch die Dankbarkeit für diesen wunderschönen Teil deines Körpers, für diesen wunderschönen Bereich. Fühle die Dankbarkeit und spüre dieses Gefühl und erlaube dir jetzt, dass sich genau dieses Gefühl in deinem ganzen Körper ausbreitet. Erlaube, dass sich dieses Gefühl der Dankbarkeit nun wirklich auf deinen ganzen Körper bezieht. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, das Herz schlägt wie von selbst. Die Verdauung funktioniert einfach so. Sämtliche innere Organe funktionieren einfach ohne unser Zutun. Der Atem fließt ein und aus. Spüre die Dankbarkeit für deinen ganzen Körper. Verweile ein paar Momente in genau diesem Gefühl. Dann nimm einen sanften Atemzug diesen Tipp, diese kleine Übung, diese Mini-Meditation kannst du jederzeit machen. Ganz fein ist es zum Beispiel am Abend vor dem Schlafen gehen, wenn man im Bett liegt und einfach sich ein bisschen darauf fokussiert, ein bisschen sich auf dieses Gefühl einstellt. Je öfter du das machst, ja, schau mal, wie du dich dann fühlst. Wir sind sehr neugierig darauf, dann auch von dir vielleicht zu hören, wie es dir damit gegangen ist. Das war Tipp 2. Vielen Dank für diesen wunderschönen Tipp. Ich habe gleich mitgemacht. Ja, wie geht es dir jetzt? Ja, sehr gut. Ich fühle mich sehr entspannt. Ah, schön. Ah, das ist cool. Also wirklich total angenehm. Ja, da kommen wir schon zu Tipp Nummer 3, zum achtsamen Bewegen und da gebe ich euch jetzt auch gleich einen sehr entspannenden Tipp mit und zwar, wenn du zum Beispiel in der Früh dich einfach nochmal richtig fest streckst und dreckst und wirklich einmal gähnen, wirklich ganz übertrieben gähnen und strecken und spürt man richtig, wie das den Zellen im Körper gut tut und ja, eine Kollegin hat mir auch vor kurzem erzählt, dass wenn man sich streckt und dreckt, wirkt sich das sehr entspannend auf unseren Körper aus. Also das war wirklich super, dass ich mir das gerade vor kurzem erzählt hatte. Da freue ich mich sehr drüber. Man merkt richtig, wenn man den Körper mal wirklich schön auseinanderstreckt, wie groß man dann eigentlich wird und man fühlt sich dann gleich anders. Ah, das klingt gut. Ich mache das dann gleich, wenn wir fertig sind mit unserer Aufnahme. Da werde ich mich gleich durchstrecken. Juhu, freue mich schon drauf. Super Tipp, ja. Ja, wir möchten euch ganz, ganz herzlich einladen, mit diesen Tipps zu spielen, sie auszuprobieren und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir auch von euch hören, wie es euch damit gegangen ist. Also einfach schreiben auf info at chiara.fitness oder mir info at nikashuemi.com einfach eine E-Mail schreiben, eine kurze, wo ihr einfach sagt, wie es euch gegangen ist. Das würde uns riesig freuen und wir bringen das dann auch in den nächsten Podcasts natürlich sehr gerne, wenn ihr das wollt, eure Ideen, Impulse und auch Berichte, wie es euch damit gegangen ist. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Social Media schreibt, entweder auf Instagram one underline body one underline mind auf Facebook sind wir auch unter one body one mind drinnen und ja, wir freuen uns wirklich sehr von euch zu hören, wir sind schon sehr gespannt, wie es euch dabei geht. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ja, nochmal vielleicht zur Wiederholung, die drei Tipps achtsames berühren, dann die Dankbarkeit und zum Abschluss das achtsame bewegen. Genau. Ja, wir wünschen euch eine wundervolle Zeit, eine tolle Woche, eine großartige Woche und bedanken uns ganz herzlich für euer Dabeisein bei unserem Podcast One Body One Mind mit Chiara und Nika. One Body One Mind One Body One Mind One Mind One Mind One Mind Three Mind